Was geht ab, meine liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video, Freunde, ich bin sehr gespannt, wir haben den neuen Song von Juju, Vertrau mir heißt er, und sie hat gesagt auf Instagram, es ist ein bisschen was anderes, es ist ein bisschen was anderes, sie hat uns schon ein bisschen angeteasert, dass es sehr fancy sein wird, sie meinte, wir kriegen die Bling-Bling-Seite heute nochmal zu sehen, ich freue mich sehr drauf, ihr könnt vielleicht, wenn ihr meine anderen Videos verfolgt habt, erahne, dass ich vielleicht ein kleiner Fanboy bin, ich bin vielleicht ein kleiner Fanboy, Freunde, aber es beruht auf Gegenseitigkeit, es beruht auf, sie ist auch, sie ist auch in mich verliebt, Freunde, ich habe, ja, Freunde, scheiß drauf, Alter, ich freue mich einfach sehr, reinzuhören, ich mag Juju sehr gerne, sie ist, finde ich, ähm, ja, logischerweise eine der talentiertesten Rapper, nicht, nicht Rapperinnen in Deutschland, eine der talentiertesten Rapper, allgemein, finde ich, ähm, eine meiner Lieblingssongs von ihr tatsächlich mit, ähm, Alias zusammen, Heroin, ähm, aber natürlich auch vermissen, ähm, ganze Bandparte, Bling-Bling, komplett goldenes Album, meiner Meinung nach, ja, heißt nicht ohne Grund, Bling-Bling, wir hören jetzt rein, bei Vertrau mir, produziert von Crouch, Freunde, lasst auf jeden Fall nochmal einen Kuss beim originalen Video da, ja? Holy fuck, Alter, ich bin nicht ready dafür, es macht Bling-Bling. Wild, wild, Party-Song, Freunde, ich weiß schon, er kommt direkt in meine Party-Playlist, ich habe morgen Geburtstag, 18.07. Freunde, merkt euch das, wichtiger Termin, ich weiß nicht, warum ich euch das sage, aber da feiere ich Geburtstag, der werde ich das in die Party-Playlist jetzt schon reinpacken, ich sehe es jetzt schon. Digga, ihre Fingernagel kosten absolut mehr als mein Leben, das kostet mehr als mein Leben einfach, dieser Fingernagel kostet mehr als mein Leben, und ich bin fein damit. Baby, vertrau mir. Oh, das ist nice. Baby, vertrau mir. Ich vertrau dir. Sie reden mit mir, wenn ich reinkomm, über mich, wenn ich rausgehe. Es dreht sich um mein Einkommen oder Aussehen, lachen ein auf Fahrt, denken, dass ich draufstehe. Oh, es dreht sich um mein Einkommen oder Aussehen, wuh. Ey, das ist gut. Das ist gut, diese softe, lowe Stimme von ihr passt so gut, ich bin gespannt auf den Drop. Ich sehe mich nicht, Baby, noch ein bisschen Body, dann verliere ich mich. Also, Baby, vertrau mir. Baby, vertrau mir, das ist kein Traum. Baby, komm tanzen. Baby, komm mit, du willst es doch auch. Baby, vertrau mir. Baby, vertrau mir, das ist kein Traum. Ich sehe es jetzt die ganze Zeit einfach so da, Freunde, weil ich das gerade sehr enjoye, muss ich sagen. Also, ich enjoy gerade viele Dinge. Also, erst einmal natürlich obligatorisch, Freunde, schöner Mann. Schöner Mann, das soll man sagen. Schöner Mann, er kann sich bewegen. Und schöne Frau. Schönes Auto. Schön. Ey, echt was ganz ungewohntes, ich hätte was anderes gedacht. Sie hatte auf Instagram angeteasert, es wird anders, aber ich dachte, es wird anders. Ey, hat sie mir zugezwinkert, Jungs? Hat sie an mich gedacht gerade? Seid ehrlich. Also, wenn sie gezwinkert hat, dann war es alt. Trau mir, das ist kein Traum. Scheiß mal auf die Leute, komm und lass uns einbauen. Baby, vertrau mir, ich zieh mich aus. Oder willst du lieber tanzen, ganze Nacht mach ich auch. Du bist, was ich will, du bist eine Maschine. Bitte fass mich an, Baby, zeig mir deine Liebe. Du bist mein... Ey, ich weiß nicht was, es ist aber diese Close-Ups, wo man nur den Mund und die Nase so sieht. Die haben irgendein so ein Vibe. Das ist wie so ein gutes Gewürz gerade hier. Typ, ja, ich will dich übertrieben. Ich kann nicht mehr warten, Baby, komm in meine Suite. Bei dir meine ich ja, wenn ich nein sag. Ruf mich an, wenn du Zeit hast. Ruf mich an, es ist Freitag. Es ist halt gerade Realtalk-Freitag, ne, Freunde? Ey, dieser Beat ist wirklich geil. Auf der fetten Anlage oder im Auto. Uh, uh, uh. Dance zu Hause, Freunde. Dance ein bisschen mit mir, komm. Dance ein bisschen, Freunde. Baby, komm mit, du willst es doch auch, Baby, vertrau mir. Extra-Punkt, wer gedenzt hat. Baby, vertrau mir, das ist kein Traum, Baby, komm tanzen, tanzen, Baby, komm mit, du willst es doch auch. Ruf mich an, ich komm tanzen. Ruf mich an, ich komm tanzen. Sag Bescheid, ich bin da. Ey, finde ich gut, dass sie was Neues ausprobiert. Ich finde es sehr, 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 sehr gut, dass sie was Neues ausprobiert. Will talk. Und auch der Typ. Nächstes Mal Juju kaste mich. Ich sehe genauso aus eigentlich. Ich sag's nur. Ich sag's nur, wie es ist, ja. Ich lege die Karten auf den Tisch. Oh, fette Shoutouts an Kruge für den Beat nochmal. No joke. Weiß rein, weiß rein. Was ist das eigentlich? Ist das so eine Ölmaschine? Da wird gerade Öl hergestellt, glaube ich. Oha. Also, das Herz war aber auch an mich, Freunde. Das kann ich euch schon mal sagen. B, Juju, 44. Wait. Wait. Pfirsich. Bei Juju. Ist mir egal, ob das ein Frauenduft ist. Ich kauf das. Ich kauf das, Freunde. Wenn ihr mich durch Hamburg City laufen seht und ich rieche nach Pfirsich, nach frisch geschorenem Pfirsich. Ja, wisst du, woran es liegt, Freunde. Schickt mir eine Duftprobe rum, Juju, okay? Ich trage das, Real Talk. Ich werde mir das kaufen und ich werde das tragen wie ein Mann. Wie ein nach Pfirsich riechender, frischer, eleganter Mann. Freunde. Wild. Wild. Sehr wild, muss ich sagen. Wir haben zwar in meinem Zimmer gerade gefühlte 100 Grad, was vielleicht auch zum Teil an diesem wilden Musikvideo liegt. Ich weiß es nicht genau. Oder auch an meiner eigenen Haut. Das kann natürlich auch immer gut sein. Das ist ein guter Faktor. Aber es ist was Neues. Es ist was wirklich Angenehmes gewesen. Es war so ein Party-Song, aber jetzt nicht so was wie, keine Ahnung, nichts so krass Wildes wie jetzt von den Atzen oder so. Was entspannt ist. Es hat mich schon teilweise an Heroin sogar erinnert vom Feeling her, ja? Auch so ein ruhigerer Party-Song in Abführungsstrichen, wo man gut zu Dancen kann. Den man aber auch im Auto hören kann oder auch zum Chillen irgendwie hören kann, zum Runterkommen. Wenn man vielleicht auch den ein oder anderen kleinen Kamellentee, ja, in Blütenfirmen zu sich genommen hat. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall was sehr entspannt ist und sehr, sehr fresh ist. Und ich gebe immer Props an Leute, die was Neues ausprobieren, ja? Und was war, in Abführungsstrichen. Und sich mal ein bisschen umorientieren. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr gut, Freunde. Dann lasst mal eure Meinung dazu auf jeden Fall in den Kommentaren, ja? Dicke Props an Juju dafür. Und abonniert, falls ihr nicht getan habt, Freunde. Also wer noch nicht abonniert hat, ist natürlich auch ein bisschen im Kopf nicht ganz klar. Ist nicht ganz klar, Freunde, ja? Ist nicht ganz klar. Wir sehen uns, Freunde. Habt ein wunderbar, das wird fresh, so wie immer. Und ciao.